Morison, ich hole mir jetzt diese Tegelung aus dem Lavor. Gut. So. Lebt hier einer? Nö. Okay, schnell mal Munition mitnehmen. Bang. Ah, du doch nicht. So. Und du auch. Sehr schön, nochmal wechseln. Nehmen. Jetzt haben wir die Pistole liegen gelassen. Egal. In Ordnung. Mach auf. Los. Komm schon. Hä? Wir sind doch hier rausgegangen. Achso. Oh, geht wirklich. Ich liebe Stärke. Pass auf, hinter dir kamen gerade welche. Oder vorhin. So. Den haben wir. Wie, alles im Griff. Sehe ich. So. Eins, zwei, drei. Mann. Ja. Kommt. Aua. Ja, hast du davon. Habe ich jetzt kein Mitleid. Ja, was denn? Denn sag es. Sie müssen diese Menschen retten. Gehen sie raus am Deck. Los. Du hast das alles verursacht, du Trottel. Ich habe die ganze Zeit gesagt, du hast damit. Wo seid ihr? Mit Herren in eurem Segenkrieg. Oh, nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Hä? Ist... Ja. Wieso war mir klar, dass du das sagst? Wie soll ich das denn umriegen? Zerstören sie den Außerirdischen? Ja, toll. Achso, hier mit. Ah. Bitte. Ja, toll. Ich habe noch anvisiert. Verdammter Mist. Seid ihr tot? Waaah, ich falle. Waaah. Scheiße. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Es hat uns. Es hält uns fest. Du. Du. Iiii. Aber ich visier doch an. Hä? Wieso nichts anvisiert? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hä? Ich visier doch. Okay. Die Waffe spinnt. Kein... Was soll ich denn sonst anvisieren? Ey, wir brauchen hier mal kurz Hilfe. Versteht das jetzt grad nicht. Was soll das denn? Der nimmt das hier. Äh. Ah. Wir sind eingefroren. Jetzt können wir noch die Kleinklöpse oder was? Oh, wir sind tot. Och, Mann. Wir sind nach einem Päuschen wieder zurück bei Crysis. Und. Oh, schön. Hier sind Waffen. Hier sind Waffen. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Oh, toll. Toll, toll, toll. Wo ist er? Komm, andere Waffe. Das geht da nicht los. Hä? Ich seh die Waffe nicht. Was ist das denn? Ach, jetzt. So, und. Bang. Wir nehmen das. Können wir jetzt mal mit der schießen? Geht nicht. Schade. Aber das hier geht auch. Ja. Wir müssen immer noch dieses Riesenvieh hier erledigen. Und das, ja, will uns einfrieren. Wirft uns ab. Und will uns am liebsten auch noch fressen und krallen. Keine Ahnung was. So, ein paar Raketen. Äh, Kanaden auch noch. Raketen haben wir ja nicht mehr. Müssten wir uns gleich neue Munitionen holen. Ja, das machen wir am besten gleich. Ihr hattet mir auf jeden Fall Mitte dieses LPs geschrieben, dass das noch richtig heftig wird. Und das kann ich spätestens jetzt wirklich bestätigen. Das ist ja alles andere als leicht hier. Komm. Los. Hä? Trifft der nicht? Was ist denn jetzt los? Bang. Warum gehen die denn alle daneben? Geht doch. Ach, toll. Jetzt wurden wir eingefroren. Aber immerhin können wir hier, glaube ich, nicht attackiert werden. Auch seine komische Zunge dürfte doch gar nicht so weit reichen. Und von daher tauen wir jetzt ganz in Ruhe auf. Genau. Gott, wie viele sind denn da oben noch? Ach du Heiliger. Hauptsache, die kommen nicht runter. Hilfe. Ja, die Welt ist verloren. Auch wenn wir das jetzt hier vielleicht überleben sollten. Das war's dann aber auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier so gut wie alleine sind. Wo sind denn unsere Helfer hin? Oh, toll. Landet das Teil genau auf uns. Das ist sowas Schönes. Komm. Mitnehmen, mitnehmen. Und abhauen, abhauen. Schnell weg hier. Panzerung, genau. Und das ist ja gut. Ah, trifft uns nicht. Aber die treffen. Die sitzen alle. Komm. Und noch eine. Eine noch. Genau, sehr schön. So. So. Ja. Ja. Er geht langsam kaputt. Das bewirkt ein bisschen was. Immerhin. Und nochmal. Los. Komm schon. Und. Sehr schön. Wieso springen wir eigentlich nicht ins Wasser? Verstehe ich gar nicht. Wir könnten die uns doch eigentlich auch rausholen. Oder nicht? So. Auch erledigt. Was war das denn jetzt? Boah. War das ein Megaschuss? Das war nicht mehr sein Eisstrahl. Wir kommen wohl ein bisschen voran. Der wird hier richtig sauer. Und wenn er sauer wird, dann haben wir ihn wohl auch ordentlich getroffen. Problem ist nur, dass wir so langsam Munition kaufen. Das bedeutet, wir müssen ihn gleich besuchen kommen. Shit. Aber erst nochmal. Bevor wir uns hinwagen. Hier. Und nimm das. Und nimm das. Und nimm das. So, jetzt. Allen Mut zusammen nehmen. Und dann hoffentlich ganz schnell. Bevor er uns schnappt. Komm, komm, komm. Und hier. Hier, komm. Und weg, 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 weg. Wo ist der Eisstrahl? Nein! Da ist er. Verdammt. Ist er aber tot? Oh, bitte nicht. Wieso denn? Wieso sind wir jetzt verstorben? Verdammt. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe auf. Und... Oh, 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 oh. Jetzt hat er uns. Nimm das. Und das auch noch. So. Ja. Oh, shit. Jetzt wird's problematisch. Wo sind die Raketen? Raketen. Boah, fast tot. Ne, erst mal zurückziehen. Zurückziehen. Schön. Okay. Und jetzt. Schnell, 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 schnell. Waffe haben wir. Sehr gut. Nimm. Oh, 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 oh. Er wirkt was, er wirkt was. Aufpassen. Und hier auch noch. Und weg. Weg, 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 weg. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ach, lad schneller nach. Bang. Und das. Sehr gut. Los. Geht rauf. Schön. Sehr gut. Äh. Oh. Der ist hin. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und das auch noch. Bang. Boah. Mann. Die Waffe braucht ja Ewigkeiten zum Nachladen. Hier. So, da war noch ein kleiner. Den erledigen wir jetzt erst mal. Eins. Verdammt. Oh, nee. Jetzt erledigt uns der hier. Oh, ich glaube es nicht. Ja, ja, mach mal. Das bringt sowieso kaum was. Wir müssen das ja alles alleine machen. Hier gibt es keine Unterstützung. Die gab es noch nie. Wir sind mal wieder auf uns alleine gestellt. Aber wir packen das. Irgendwann packen wir das. Boah. So. Okay. Weiter geht's. Nimm das. Und hier. Bang. Boom. Oh, aufpassen. Schön. Oh, aufpassen. Ha. Daneben. Und du gehst drauf. Komm. Einmal. Zweimal. Und die restlichen Googeln sind für dich. So. Oh, jetzt hat er wieder einen Menschen. Egal. Ein Kollege verloren. Komm schon. Wieso habe ich hier keinen... Hä? Wo ist denn da... Nein. Oh, ist ja unfair. Warum verschwindet denn dieses Fadenkreuz? Das ist ja komisch. Mann, hier ist doch überall Feuer. Hallo. Genau. Sehr gut. Check. Verstecken. Sehr schön. Oder auch nicht. Wieso denn das Fahrzeug... Ey, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht das Fahrzeug steht da immer noch mit Lissens rum. Und wir sind trotzdem gestorben, oder was? Bleibt in deiner Nähe. Es scheint zu funktionieren. Das verstehe ich nicht. Komm schon. Ja. Ja. Nein. Boah. Komm schon. Du kannst schießen. Du kannst schießen. Beweg nur deinen kleinen Finger. Beweg nur deinen kleinen Finger. Bitte, 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 bitte. Was soll das? Mach hin. Mann, wir liegen hier in der Flamme. Und trotzdem... Bam. Sind wir eingefroren. Ja, schön. So. Haben wir den schon mal ein bisschen geärgert. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Weg, 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 weg. Boah. Ja, komm her. Einmal. Und tot. Komm schon. Los. Hä? Kommen die Kugeln überhaupt an? Ich sehe da gar nichts. Ach, na toll. Kurzes Päuschen zum Verschnaufen. So. Genau, schön. Oh, kommt der dichter? Oder täuscht das? Nicht, ob es täuscht. So. Verstecken. Ja, hier kriegt er uns nicht. Hier kriegt er uns nicht. Wer schießt jetzt? Wer schießt jetzt? So, diesmal kriegen wir dich. Oh ja. Ja. So, zwei Schuss haben wir noch. Eins. Zwei. Und jetzt Munition. Schnell, schnell, schnell. Schnappen. Ja, gut, gut, gut. Weg, 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 weg. Komm. Nachladen. Los. Mach hin. Oh, oh, oh. Das wird gefährlich. Ihr kriegt uns hier nicht. Ja, schön. Hier sind wir wirklich gesichert. Und noch einmal. Mann, jetzt machen wir hier wieder so komische... Oh, 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 oh. So, ein Störsignal rein. Lady, wo bist du? Wir brauchen dich. Los. Das bewirkt nichts mehr. Der ist dagegen jetzt immun. Oder? Aufpassen. Oh, verdammt. Okay, gut. Das zieht kein Leben ab. Aber ich höre hier schon wieder so einen Kleinflieger. Wo ist er? Wo ist der Kleine da? Haben wir den getroffen? Ja, hatten wir. Einmal nachladen. Feuer. Feuer. Los. Komm schon. Ja. Wir haben's. Ich glaub' jetzt nicht. Wie genial. Sind wir stark. Meine Güte. Haben wir das hinbekommen. So, wir schnappen uns trotzdem nochmal Munition. Alles mitnehmen. Nachladen. Wir machen's. Outro